Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von AZTV. Verwirrung am Bahnhof. Wer dort sein Auto abstellt, sucht seit Monaten vergeblich einen Parkscheinautomaten. Vor allem auswärtige Gäste sind irritiert, weisen Parkplatzschilder doch ausdrücklich darauf hin, dass ein Parkschein zu ziehen ist. Doch der einzige Automat auf dem Bahnhofsvorplatz wurde schon im Mai abgebaut. Das Nachfolgemodell wird wegen Lieferschwierigkeiten wohl erst im August aufgebaut. Bis dahin heißt es Parkscheibe rauslegen. Beim Hochwasser in Bulgarien im Juni sind mehrere Menschen ums Leben gekommen und am vergangenen Wochenende stand die Innenstadt von Wiesbaden unter Wasser. Das Thema Hochwasser ist also weiterhin aktuell wie vor einem Jahr. Die Fluthelfer der Bundespolizei Uelzen wurden nun für ihre Dienste im vergangenen Sommer mit der Einsatzmedaille Fluthilfe 2013 geehrt. 1.370 Schüler von 36 Schulen besuchen heute und morgen die Ausbildungsmesse Nordjob. In der Bienenbütteler Ilmenau-Halle präsentieren sich 27 Unternehmen sowie 15 Berufsfachschulen und Akademien. Jeder der Schüler hat drei Vorstellungsgespräche, in denen er mehr über seinen Traumberuf erfahren kann. Manche geben sogar schon eine Bewerbung ab. Wir werfen noch einen Blick auf das Wetter. Die morgendlichen Wolkenfelder lösen sich tagsüber immer weiter auf und machen der Sonne am Himmel Platz. 24 Grad lauten die Höchsttemperaturen und in der gering bewölkten Nacht sinken die Werte auf rund 14 Grad ab. Das war's mit AZTV für heute. Wir sagen Tschüss und bis morgen. Schönecke Vielen Dank.